Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück. Ja, ich lebe noch. Schön, euch wiederzusehen. Wenn ihr euch fragt, was hat er die letzten zweieinhalb Wochen eigentlich gemacht? Ich kann es euch sagen, ich habe ja eine eigene Immobilienfirma. Ich habe privat super viel um die Ohren gehabt. Was Call of Duty, YouTube-Content-mäßig angeht, war nichts, worüber man groß hätte sprechen können oder wollen. Und ganz früher, als ich bei YouTube anfing, habe ich teilweise Videos gemacht, bin ich auch ehrlich, einfach nur für die Kohle. Weil ich wusste, wenn ich jetzt ein Video mache und über irgendein Scheiß-Thema rede, bringt mir das, keine Ahnung, 50 Euro. Und dann habe ich gesagt, ja, nehme ich mit, ist gratis Geld. Aber wenn ich jetzt überlege, wie lange ich dabei sitze, ein Video aufzunehmen, zu schneiden, zu rendern, hochzuladen, zu warten, bis ich es aktivieren kann, dann muss ich Payne sagen, dass ich das und das Thumbnail brauche, dann muss ich ihm da so ein, zwei Beispiele nennen, wie es aussehen soll. Wenn ich eine Bewertung in meinem Beruf mache, eine Immobilienbewertung, dann berechne ich für den Aufwand, den ich habe, und das ist meistens mit Hinfahrt, berechnen, Fotos machen, angucken, analysieren, vergleichen, einen Aufwand von zweieinhalb Stunden ungefähr für eine Immobilienberatung, was Verkaufspreis, Vermietungspreis angeht. Und für diese zweieinhalb, manchmal drei Stunden berechne ich netto 500 Euro. Ihr könnt euch also überlegen, wenn ich bei YouTube einen Stundenlohn von zwei Euro habe, dass ich diese Videos tatsächlich nicht für Geld mache. Das lohnt sich nicht. Aber wir haben brandneue News, die mich aus der Versenkung haben verschwinden lassen. Ja, ich werde alt. Und zwar ist die offizielle Black Ops 6 Beta announced worden. Das wir an die kriegen, wussten wir ja schon. Und zwar mit den genauen Daten und allem, was dazu kommt. Das heißt, wenn ihr 100% wissen wollt, was passiert, was könnt ihr machen, wo müsst ihr vorbestellen, was müsst ihr beachten, wo kriegt ihr morgen, heute Morgen, gratis Beta-Code sogar verschenkt von Call of Duty selber, genau aufpassen. Wenn ihr Bock habt, mit der Community gemeinsam einfach mal zu quatschen, Fragen zu stellen, auch mit mir privat mal zu sprechen. Ich habe einen wunderbaren Community-Discord, da sind täglich tausende Nachrichten, ganz so viele sind es nicht, aber es sind sehr viele, sehr aktiv. Wir haben eine Tipprunde gemacht. Scheppi ist bei der EM Erster geworden, weil wer große Verantwortung trägt, muss auch gut tippen. Das heißt, wir machen immer so Community-Spiele. Wenn ihr Bock habt, einfach unten einen Discord-Link anklicken. Ihr seid herzlich willkommen, ihr könnt Fragen stellen. Wir haben hier auch alles. Wir haben mittlerweile einen reinen Tarkov-Chat. Wir haben Sherpa da, die euch helfen, wenn ihr in Tarkov nicht zurechtkommt. Wir haben die witzigsten Bilder und Videos, was die Jungs auf der Arbeit machen. Wir sprechen über Dortmund, über alles Mögliche. Da seid ihr herzlich willkommen. Was gibt es zur Black Ops 6 Beta zu sagen? Das wird das allererste Mal sein dieses Jahr, dass ich die Black Ops 6 Beta zusammen mit allen Leuten auf der Xbox, auf dem PC, auf der Konsole, Playstation gleichzeitig spielen kann. Die letzten Jahre war es so, dass ich es mir jedes Mal für die PS4 oder PS5 vorbestellt habe, weil Sony Activision-Deal Sony durfte vorher spielen. Ich fand das immer schwachsinnig, weil viele von meinen besten Jungs wie Lukas und Manu, die nicht auf der PS5 unterwegs waren, mussten dann immer irgendwie zwei, drei Tage warten, bis sie die Beta starten können. So was ist absurd. Das ist dieses Jahr vorbei. Das heißt, wenn ihr die Beta, die am 30. August beginnt, spielen wollt, braucht ihr nichts anderes tun, als das Game vorbestellen. Egal ob Xbox, Playstation oder Computer. Ich bin froh, dass dieses Thema endlich vorbei ist. Die Call of Duty Next Edition, die wir damals auch gesehen haben, als ein paar von unseren deutschen Möchtegern-COD-Warzone-Streamern da waren und versucht haben, Almasra und MB2 gut zu reden. Diese Call of Duty Next ist am 28. August, findet auch wieder statt. Das heißt, da können wir dann zwei Tage vor Beta-Start gucken, wie sieht das Gameplay aus und uns einen ersten Eindruck verschaffen und uns Quatsch erzählen lassen, bis wir es dann zwei Tage später selber testen können. Omni-Movement ist ja das, was das größte Thema eigentlich dieses neue Black-Op-6-Teils ist. Wie wird es sich verhalten? Wie sehen die Maps aus? Wie fühlt sich das Gunplay an? Also viele Sachen, die neu sind, viele Sachen, die wir kennen. Das hier ist das, was ihr als Volt Edition haben könnt. Und ich muss euch was zeigen. Ich hatte Zuschauer von mir, die mittlerweile Freunde geworden sind hier. Die haben mir was geschenkt. Mein Hund rollt hier durch. Früher habt ihr bei Call of Duty Paketen noch die Option gehabt, so Special Bundles zu kaufen. Und das habe ich zum Beispiel bekommen von Call of Duty Ghost. Da gab es dann so Bundles, wo man bei MW damals, glaube ich, Nachtsichtgeräte bekommen hat für einen Aufpreis. Und hier seht ihr es. Es ist halt richtig geil. Es ist offiziell zu dem Bundle damals gewesen. All diese Sachen vermisse ich, weil ich mir immer denke, auch so ein Hard Case. Anstatt so einer Drecking Volt Edition, die halt wirklich gar nichts bringt eigentlich, außer einen Operator, den ich selber nicht sehe und Battle Pass, den ich ansonsten eh bezahle. Weil das, was man früher bekommen hat, war, finde ich, für einen Aufpreis viel, viel cooler als das, was man jetzt bekommt. Aber die Gaming-Welt hat sich geändert und die Leute kaufen Volt Editions und alles und es ist halt so. Wann beginnt die Beta? Wenn ihr vorbestellt, könnt ihr, egal auf welcher Plattform, am 30. August beginnen und könnt bis 9. September, also über eine Woche ist es tatsächlich, durchhauen. Das heißt, wir haben den Early Access plus die Open Beta. Open Beta bedeutet dann wieder alle Plattformen, aber ihr braucht nicht vorbestellt haben. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich will es noch nicht vorbestellen oder Sonstiges, ist das ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Ihr wartet entweder auf das zweite Wochenende oder, und da kommt unser Discord hin, das hat nämlich Charlie Inter gepostet, der gute Lukas hat das für alle mal bereitgestellt. Es gibt eine Möglichkeit, und zwar 50.000 Black Ops 6 Beta Codes werden beim CDL Champs, bei der Übertragung, verschenkt an euch. Ihr müsst nur 60 Minuten zugucken, Drops sind dann aktiv. Und zwar jetzt am Sonntag. Ihr braucht einfach nur euren Call of Duty Account und euren YouTube Account verbinden. Dann hier bei, es ist nicht bei Twitch, müsst ihr darauf achten, sondern bei YouTube. Deswegen doch keine Drops. Und dann habt ihr bei 60 Minuten Zuschauen eine Möglichkeit, tatsächlich ein Ticket zu gewinnen, was dann bedeutet, ihr könnt eventuell ein Beta-Code abstrauben. Das heißt, wenn ihr nicht vorbestellen wollt, lasst 60 Minuten YouTube laufen, guckt es an und vielleicht habt ihr Glück. Das ist eine Möglichkeit. Die letzten Jahre habe ich durch viele Zuschauer immer die Option bekommen, ein paar Codes zu verschenken. Wenn ich dieses Jahr wieder Beta-Codes bekomme, werde ich die wieder verschenken. Das mache ich sogar sehr gerne. Ansonsten muss ich euch ganz ehrlich sagen, dieses Thema vorbestellen, nicht vorbestellen. Seien wir ehrlich, vorbestellen ist eigentlich nicht gut, weil man den Entwicklern Geld in den Rachen schiebt, bevor das Produkt da ist. Auf der anderen Seite, ich will es so nüchtern und ehrlich beantworten, wie ich es will. Es ist Activision und auch Microsoft absolut scheißegal, ob ihr das Game am 1. August kauft oder am 1. Dezember, weil sie wissen, dass ihr es kauft. Der Xbox Game Pass ist teurer geworden, wenn ihr überlegt, das Ganze, es ist ja im Game Pass mit drin, was krass ist eigentlich. Obwohl Phil Spencer damals gesagt hat, nein, 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 wir werden den Game Pass nicht erhöhen, war es absolut abzusehen in dem Moment, wo COD reinkommt mit Multimillionen und Umsätzen, dass das so kommt. Das heißt, da habt ihr verschiedene Optionen, müsst ihr euch überlegen, ihr könnt es für den PC kaufen, das habe ich gemacht, einfach für den PC vorbestellt. Wenn ihr das günstig machen wollt, ist das auch sehr einfach und da gibt es jetzt noch einen neuen Trick und zwar geht ihr auf MMOGA und sagen wir mal, ihr wollt es für die Playstation haben. Viele PS5-Spieler sind immer noch unter uns. Ihr zahlt zum Beispiel für ein 50 Euro Playstation-Guthaben, 44,99 Euro. Das heißt, ihr kauft euch das Guthaben, ihr könnt meinen Link unten nehmen, dann spart ihr nichts extra, aber ihr unterstützt mich und ihr zahlt allein für das, ihr kriegt 5 Euro geschenkt. Und umso teurer die Playstation-Karten, umso besser ist es. Für alles andere kann ich MMOGA eigentlich nicht immer empfehlen, weil es manchmal so ist, dass die Sachen einfach teurer sind als das, was man woanders zahlt, warum auch immer. Bei Playstation-Guthaben ist es aber so, hier bei 100 Euro Guthaben zahlt ihr 90 Euro. Das ist meine Empfehlung, wenn ihr euch das für die Playstation kaufen wollt, wäre cool, wenn ihr das macht. Wenn nicht, ich werde deswegen nicht pleite gehen, aber es ist eine coole Art, mich zu unterstützen, ohne dass ihr irgendwelche Extrakosten habt. Freue ich mich auf die Beta? Ja, ehrlich gesagt, ja, MW3 war kein schlechtes COD, aber halt auch nichts Besonderes und nichts, was einen antörnt und sonst was. Also, es war okay, es war besser als Vanguard, es war besser als MW2, was ehrlich gesagt auch keinerlei Herausforderung ist. Aber es hat mich jetzt nicht komplett abgeholt und ich saß hier sabbernd jeden Tag und habe gesagt, ja, sondern es war okay. Ich freue mich auf Omnimovement, ich freue mich auf Black Ops, ich liebe Black Ops, die Reihe, ich liebe Treyarch. Und ich hoffe, dass wir alle eine sehr, sehr coole Beta haben. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst gerne ein Like da für den Algorithmus. Ein nicer Kommentar, wäre voll fresh. So würde der Endgegner, nennt sich ApoRed, nee, wie nennt er sich? Main Character? Ein arbeitsloser Betrüger? Main Character? Ja, so wird der Main Character das sagen. Lasst ein freshes Abo da und dann machen wir auf Hartz IV, oh ja. Ich geh, haut rein.